Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Ich melde mich wieder zurück aus dem Urlaub und ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt, denn ich habe versucht, weiterhin regelmäßig coolen Content für euch zu bringen, damit ihr hier keine Verschnaufpause auf diesem Channel bekommt. Ich hoffe, das eine oder andere Video hat euch gefallen und heute möchte ich gerne auf den Vista Universe Reprint zu sprechen kommen, denn auf Instagram wurde angekündigt, dass ein massiver Reprint auf uns zukommen soll und ob das der Fall sein wird und welche Auswirkungen das auf den Markt haben wird oder vielleicht schon hat, möchte ich gerne heute in diesem Video gemeinsam mit euch besprechen. Doch bevor wir das tun, möchte ich gerne noch das eine oder andere auflösen, denn wir haben ja vor meinem Urlaub uns die Frage gestellt, welches Set eigentlich besser ist, Vista Universe oder Vimex Climax. Die Mehrheit von euch, ca. 75% haben gesagt, Vista Universe ist das bessere Set und auch ich habe mich dazu entschlossen, zu sagen, dass Vista Universe für mich einen Ticken besser ist, auch wenn nur minimal, denn für mich gehören beide Sets zu den coolsten Sets aus der Schwert- und Schild-Ära auf japanisch und zu den besten Heikles-Packs der vergangenen Jahre, die wir so aus dem japanischen Markt bekommen haben. Ich habe euch in dem dazugehörigen Video vor meinem Urlaub auch nochmal gezeigt, dass ich drei Leuten aus der Community nochmal die Möglichkeit geben möchte, diese zwei coolen Set im Doppelpack für 250 Euro inklusive Versand nochmal zu erhalten und genau das möchte ich heute auflösen, denn die Verlosung habe ich nun hinter mich gebracht und die Gewinner stehen fest. Herzlichen Glückwunsch an niggeljiggel1734, an johnmilchmann4046 und an erpunktfresh2721. Ihr drei habt also nun die Möglichkeit nochmal Vimex Climax und Vista Universe für 250 Euro inklusive Versand zu ergattern. Schreibt mir gerne eine Mail an info-at-boxes.de und dann klären wir alles weitere mit den Adressen, mit der Bezahlung, mit dem Versand, sodass ihr dann diese beiden geilen Heikles-Packs dann in den kommenden Tagen auch schon in euren Händen halten könnt. Für all diejenigen, die jetzt leer gegangen sind, macht euch keine Sorgen, wir werden immer wieder auf diesem Channel solche Aktionen fahren, dass ihr auch immer wieder die Möglichkeit bekommt, coole aktuelle Produkte zu deutlich reduzierteren Preisen zu ergattern, als es die aktuellen Marktpreise so hergeben. Von daher bleibt am Ball und schaut weiterhin fleißig die Videos, dann werdet ihr auch nichts auf diesem Channel verpassen. Kommen wir aber nun zu der Reprint-Ankündigung von Vista Universe. Was soll ich sagen? Ich persönlich bin erstmal mega happy, dass wir die Möglichkeit haben, aller Voraussicht nach nochmal dieses so geile Produkt zu besseren Preisen einzukaufen, als dass wir sie aktuell auf dem Markt haben. Und das sag ich, der ja wirklich viele von diesen Produkten führenden Investoren beiseite gelegt hat, der ja auch noch auf weitere Cases wartet aus Japan und sich hier eigentlich schon sehr gut aufgestellt sieht. Von daher lasst uns happy sein, lasst uns freuen, dass wir hier wie gesagt noch weitere von diesen Produkten auf den Markt bekommen werden. Bisher war es ja immer nur so Spekulation. Es wurde gesagt, dass hier ein massiver Reprint anstehen soll. So langsam verdichten sich aber auch die Zeichen. Ich habe jetzt auch noch keine 100%ige Aussage von meinen Kontakten in Japan. Was wir aber sehen können, ist, dass immer mehr Händler auch in Japan sich dazu entschließen, dieses Produkt wieder auf den Markt zu werfen. Und ein Händler, und das ist glaube ich so die verlässlichste Quelle, bietet es tatsächlich auch schon wieder in einer Lotterie an, wo man sich zu anmelden kann. Und welcher Händler das ist, zeige ich euch jetzt. Wir reden hier über keinen geringeren als Amazon JP. Und das ist für mich eigentlich immer eine verlässliche Quelle. Wenn Amazon sich dazu entschließt, wie gesagt, diese Produkte hier wieder für eine Lotterie zu droppen, also wo man sich anmelden kann, wo man das Produkt dann über diese Lotterie beziehen kann, dann ist es schon immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass weitere Produkte auch von diesem Produkt auf den Markt kommen werden. Und Amazon hat es jetzt eine lange Zeit für ca. 10.000 Yen hier drin. Und man hat jetzt halt wieder die Möglichkeit, sich anzumelden, um dieses Produkt für ca. 5.500 Yen, also 40 bis 50 Euro, aus Japan zu ergattern. Ich persönlich habe das gemacht. Ich habe das schon ganz oft gemacht bei japanischen Produkten. Ich habe jedoch noch nie gewonnen. Von daher geht nicht davon aus, dass wenn ihr euch, wie gesagt, für dieses Lotteriesystem anmeldet, dann am Ende auch ein glücklicher Gewinner seid. Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Produkt für 40, 50, 60 Euro dann jetzt irgendwann zeitnah bekommen werden, sondern dass wir weiterhin so bei Preisen um die 100 Euro plus minus 10% landen werden. Aber wie gesagt, hier habt ihr die Möglichkeit, euch nochmal einzuschreiben und eventuell nochmal günstig an ein Display hier über Amazon JP dran zu kommen. Lasst uns doch mal nun auf Card-Marke blicken und schauen, wie die Preise aktuell beim Display Vista Universe aussehen. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Ankündigung des Reprints schon etwas im Preis gemacht hat. Wir sind von Preisen um die 120, 125, 130 Euro wieder nach unten gedroppt. Kaonashi Cards, die ja bekannt dafür sind, auch regelmäßig sehr viele Produkte von japanischen Displays auf den Markt zu werfen, haben hier zum Beispiel auch wieder für 110 Euro 222 Produkte gelistet. Das ist schon mal eine Menge. Wir kennen es aber auch aus der Vergangenheit, dass insbesondere bei Vista Universe die Produkte auch sehr schnell wieder abverkauft werden. Auch deutsche Händler bieten hier wieder für 110, 115 Euro an. Konnten wir auch in den vergangenen Tagen beobachten, auch bei so großen Händlern wie zum Beispiel Poke Corner, der ja auch wieder für 115, 120 Euro diese Produkte auf den Markt geworfen hat. Das zeigt, dass es Händler gibt, die auf jeden Fall noch weitere Produkte von Vista Universe horten. Und das zeigt, dass viele davon ausgehen, dass der Preis auch wieder runtergehen wird, weil einige Händler sich jetzt einfach dazu entschließen, weitere Produkte zu günstigeren Preisen abzuwerfen. und diese halt nicht langfristig halten, weil sie davon ausgehen, dass weitere Produkte auf den Markt kommen. Ich persönlich finde den aktuellen Preis eigentlich schon wieder sehr, sehr spannend, wenn man einen langfristigen Zeithorizont hat. Klar kann das Display auch wieder auf 100 Euro droppen, klar kann es auch auf 90 Euro droppen. Viel mehr wird da meiner Meinung nach aber nicht passieren, weil es einfach ein so starkes Set ist und weil es einfach zu den bestverkauftesten Produkten, sowohl in Japan als auch hier bei uns in Deutschland zählt. Wenn man bedenkt, wie schnell und wie oft diese Displays einfach auch hier auf Card Market vergriffen sind. Von daher muss jeder von uns seinen bestmöglichen Preispunkt finden. Ich habe bei 76 Euro eingekauft, ich habe bei 90 Euro eingekauft, ich habe auch bei 100 Euro eingekauft. Und damit bin ich fein, damit bin ich happy, weil ich weiß, dass ich diese Produkte drei, vier, fünf Jahre bei mir liegen haben werde. Und ich davon ausgehe und da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster, dass dieses Produkt unabhängig, ob Reprint, massiver Reprint oder nicht, in drei bis fünf Jahren bei ca. 300 bis 500 Euro liegen wird. Das ist einfach meine Preistendenz, mein Preisgefühl, das ich habe bei dem so geilen, heikles Pack von Vista Universe. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, kauft es jetzt, kauft es in zwei Wochen, kauft es in vier Wochen. Oder ich kann euch auch nicht sagen, wo der Preis hindroppen wird. Ich glaube, dass noch was im Preis nach unten passieren kann. Aber am Ende muss jeder für sich entscheiden, wann er bei diesem Produkt einsteigt und wann er sich dieses Produkt für ein langfristiges Investment beiseite legt. Auch mit den Einzelkarten könnte etwas passieren, wenn man bedenkt, dass weitere Vista Universe Display noch auf den Markt kommen. Hier möchte ich euch gerne nochmal zwei Videos von mir ans Herz legen. Und zwar zum einen die Watchlist der Vista Universe Karten, die ich persönlich noch für ein Investment favorisiere. Schaut gerne mal rein, da habt ihr nochmal richtig viele coole Karten, die man sich long-term auch beiseite legen kann. Und zum einen das Update-Video meiner Top 21 Karten aus Schwert und Schild. Denn auch hier sind einige Vista Universe Karten mit dabei, die ihr für euch vielleicht auch nochmal in die Beobachtung beiseite legen könntet, um dann, wie gesagt, irgendwann mal bei günstigeren Preisen zuzuschlagen. Beides auf jeden Fall meiner Meinung nach Top-Videos, wo ihr richtig coole Karten-Empfehlungen auch an die Hand bekommt. Das war es auch schon mit dem kurzen Video zum Vista Universe Reprint. Ganz ehrlich, ich bin maximal entspannt. Ich freue mich darüber, dass wir weitere Produkte von diesem so geilen Set auf den Markt bekommen. Das solltet ihr auch, denn so haben wir jetzt alle nochmal die Möglichkeit, zu verbesserten Preisen zuzugreifen. Und wir profitieren auch schon jetzt von der Ankündigung des Reprints, denn ihr habt gesehen, auf Cardmarket Händler wie Kaunashi Cards holen jetzt doch nochmal Produkte aus dem Backlog, werfen sie doch nochmal auf den Markt, weil sie davon ausgehen, dass Preise fallen werden und sie vielleicht nochmal zu verbesserten Konditionen einkaufen können. Von daher sollte jeder von uns entscheiden, wann der bestmögliche Einkaufszeitpunkt für einen selbst ist. Ich persönlich werde nochmal zuschlagen, wenn wir Preise von unter 100 Euro bekommen. Vorher macht es für mich wenig Sinn, weil ich einfach so viele Produkte schon hier habe und halt auch noch auf weitere Cases warte. Aber wenn wir nochmal unter 100 Euro fallen sollten oder bei 100 Euro sind, dann werde ich zusehen, dass ich auf jeden Fall noch weitere Displays für ein Long-Term-Investment beiseite lege. Boxes Buyer, Boxes Investoren werden ja sowieso darüber informiert, auch ihr hier auf dem Channel. Wobei Boxes Buyer und Boxes Investoren ja auch noch die Möglichkeit haben, dann eventuell zu meinen Einkaufspreisen dann auch nochmal einzukaufen. Oder ja, lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir auf jeden Fall hier nochmal coole Einkaufspreise erzielen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, dass ihr keinen weiteren Content mehr verpasst. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie seht ihr diesen Reprint, diese Ankündigung des Reprints von Vista Universe. Schlagt ihr nochmal zu? Wenn ja, ab welchem Preis? Das würde mich nochmal brennend interessieren. Von daher sage ich wie immer, bis bald. Ciao, ciao.